du bleibst Bohrer? ja ich würde gerne den Bohrer noch spielen ja gut ich überleg ja dann bin ich mein Schütze weil wir müssen hier Sachen töten und vielleicht Schütze sein der richtige Weg ja mit dem Deep Drive haben wir dann auf jeden Fall was Neues was wir dann mal testen können müssten nur halt auch von den anderen mit denen wir mal früher gespielt haben die auch mal sich befördern ja ist dann die Frage ob wir nächstes mal überhaupt Hellpoint oder so werden wir es hinbekommen technisch machen wollen im Stream oder ob wir vielleicht das mal wie ein Deep Dive ausprobieren ja ja also jetzt ähm Vermittal reizt mich natürlich jetzt auch irgendwie dass wir diese Mission mal schaffen die äh mal schauen ab nächste Woche wer da alles kann ja ah hier ist äh das Magnet nice komm ich da hoch nein komm ich nicht Nitra vielleicht hätte ich doch wieder Speer sein sollen ich fühle mich so immobil hehehe bin schon unterwegs ah jetzt äh fuck wieder untergefallen okay ich geh mal hier weiter hast du schon Pläne fürs Wochenende eigentlich? ähm es äh wird sich wahrscheinlich am Samstag ne Pen & Paper Runde zusammen gehen cool äh ihr spielte äh äh was nochmal für ein Spiel? äh selbst echt? das eigene was ne? komplett eigene erfundene Welt und eigenes äh Regelsystem das war dieses äh im echten Leben mit Dating und so ne? äh äh? nein ich stelle mir jetzt ich stelle mir das davor so als Pen & Paper äh du bist in einer Party du hast äh du redest willst mit dem reden? okay würfel auf Charisma ja also überhaupt äh überhaupt äh keine Kämpfe nix fantasy mäßig die sind sind so ähm einfach Uni-Lehm oder keine Ahnung einfach so ja das wäre doch auch mal bestimmt witzig ich meine wir gehen tut das alles ja aber dann kannst du dich auch zum Kampf kommen ne? äh du legst dich an mit dem mit der Polizei oder wer gerade voll ja oder Kneipenschlägerei genau Kneipenschlägerei aber wer kennst du nicht? ach diese blöde diese Flöhe sind nervig du hast dich schon in den nächsten Raum gebohrt? ja ich hab mich da durch den Schmutz gebuddelt heißt das du bist jetzt schmutzig schmutzig ja sogar na hast du eigentlich jetzt auch äh da dann gedacht dein drittes Perk freizuschalten? hab ich ich kann jetzt schneller wiederbeleben ah zusätzlich du machst das schon? so was gibts hier denn noch? woht mich denn da? ich bin nicht los ja ich kann sehr produktiv sein wenn man mich nicht anschreit hm Till ah vielleicht bist du noch produktiver wenn man nicht anschreit Äh, nein, Erfahrungsgewicht ist nicht. Schneller, schneller. Ja, sieht man mal, dass du nicht mehr Militär warst, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht so, dass ich mich davon aus der Ruhe bringen lassen würde, angeschrien zu werden. Hättest du denn Bock gehabt? Du wurdest ja ausgemustert, aber hättest du sonst Bock gehabt? Also ehrlich gesagt hätte ich hauptberuflich hingewollt sogar. Ah, okay. Aber so, dass du immer andere in den Tod schickst, oder? Ja, nee. Tatsächlich, seit ich damals zum ersten Mal in die Pentance Day geschaut habe, wollte ich Kampfpilot werden. In die Pentance Day, ja. Du wolltest mit Smith sein, ja? Ja, genau. Aber sie haben mich nicht genommen und jetzt kann ich sagen, nur weil ich nicht schwarz bin. Ja, oder, ne, ne, ne Brille hast du ja auch nicht, ne? Weil ich perfekte... Noch hab ich, ja. Hast du? Okay. Weil, perfekte Sicht ist ja auch viel Piloten oft notwendig. Ja, also grad die Kampfpiloten, die Jetpiloten, die müssen T1 gemustert sein, sonst geht da gar nichts. Ähm, das ist natürlich... Ja gut, das geht na ja. Die müssten schon fast aus dem Reagenzglas stammen. Tja, Warteland verteidigen, indem man andere Länder zerbombt, muss viel gelernt sein. Also, kann nicht jeder. Ah, ist zu politisch, ne? Zu politisch, ne? Zu politisch, ne? Deshalb ist dieser, ist das ja auch auf 18 eigentlich. Ja, ich meine, das Benzin soll ja bezahlbar bleiben, oder? Ah, wir importieren doch aus Russland, dachte ich. Also, Öl auf jeden. Ach, hier ist er, ähm... Ne? Das... Ja, genau, da ist er, nein. Äh, unser Ziel, was wir töten wollen. Äh, Moment. Erstmal sammeln wir noch Nitra. Oh, schau mal. Da unten ist noch was für ein Event, können wir danach machen. Ich gehe jetzt mal hier runter, äh, bestelle Nitra und baue hier noch mehr ab. Haben wir jetzt gelernt, dass das der richtige Weg ist? Ich bin gerade etwas besorgt. Ich sehe gerade, wie meine Frau, äh, aus Aufzeichnungen aus dem Stream gerade eben aufzeichnet. Weswegen? Wahrscheinlich habe ich irgendetwas Kompromittierendes gesagt. Also, sie kann mir sagen, welche Stelle sie haben will, ich kann ihr das auch, äh, zuschicken, ne? Also, es kann es auch klippen. Kann es doch bei Twitch? Ja, ich, ich glaube, das macht sie gerade. Deswegen bin ich etwas besorgt. Ah, cool. Vielleicht, dass du immer, äh, dass du willst, nicht sein wolltest. Bist du ready? Ja, ich bin bereit. Okay, dann. Hier goes nothing. Ah, nee, Moment. Ah, diese Flieg klopft. Ja, macht, ich treffe den Flo hier nicht. Ah, hier kommt noch ein Freund an. Ah, das sind wieder diese zwei Viecher, okay. Genau. Wieso lassen die sich nicht einfrieren? Tja, weil sie zu heiß sind. Verstehst du, verstehst du? Aua. Aua, aua. Aua. Wo sind sie? Ach, da. Hi. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht überhitze. Das ist ja, das ist gerne super nervig. Ich bin nicht. Ja, ist, äh, ja, als Driller ähnlich. Aber das kriegt man mit der Zeit raus. Oh, ich bin gleich down. Verdammt, jetzt wird eine wiedergeheilt. Der war fast down. Ja. Äh, äh, wo sind sie da, sind sie? Ein ist wieder fast down. Ah, jetzt hüpfte er da weg, oder? Nee, hier ist er. Jawohl, einer down. One to go. Ah, nee, da ist er. Easy, easy. So, dann. Können wir auch gleich das Event machen, wenn wir schon mal hier sind, oder? Ja, würde ich sagen. Hier ist noch so ein Flow, den ich ganz halt nicht erwische, ey. Ja, genau, danke. Muss man einfach mal einfrieren. So, dann starten. Oder? Das ist doch hier ein Event. Bei dem Kleinen muss man starten. Bei dem Kleinen? Ach so, da. Hm, da war das. Okay, Anu. Muss man wieder... Ich weiß gar nicht mehr, was er letztes Mal bekommen hat. Da hatten wir Loot. Ah, wir müssen runterdrücken. Mhm. Ja, das war letztes Mal ja auch aktivieren, quasi. Das sind auch einen auf der anderen Seite. Oder zwei sogar. Machen wir einen Schluck hier. Mhm. Jetzt kommen wieder diese Teile, die fliegen, oder so, die nichts mehr töten. Ja, ich glaube, das ist dasselbe wieder. Ach, die fliegen diesmal aber nicht, oder? Die sind ein bisschen größer. Äh, die sind Schindermäßig, oder sowas. Ja, aber die haben gar keine Namensanzeige, und nix. Kein Leben, das stimmt. Ah, jetzt kann ich da rangehen. Ach, jetzt neuer Eintrag. Okay. Und die lassen hier was liegen, oder? Nee. Wo sind sie, wo sind sie, ach da, hi. Wir müssen, glaube ich, diesmal nichts einsammeln, sondern die nur töten, oder? Ja, kann gut sein. Ich hab noch nix eingesammelt, deshalb ja. Mhm. Die haben auch keine richtige Schwachstelle, diese Viecher. Die sind auch merkwürdig. Ich krieg gar keine Schadensanzeige, bis ich sie eingefroren hab. Ja. Ach, ich hab keine Granaten mehr, scheiße. Moment, ich hole mir noch mal... Was denn denn hier liegen Sachen rum, die man einsammeln kann, ne? Überladungskabel, ich weiß noch nicht, was das macht. Ich hab noch nichts gesehen. Äh, links hinter dem... Genau. Oh ja, da hab ich jetzt was gesehen. Ich weiß aber gerade nichts vor. Hinter dir ist noch eins, ich weiß noch nicht, was die machen. Ob man die einsammeln muss? Vielleicht machen wir dann mehr Schaden, oder so. Ja, dann machen wir mehr Schaden. Also ich konnte jetzt gerade einen Tod schlagen, dadurch. Oder es ist auch ein Placebo, ich weiß nicht. Ah, ich hab keine Amo mehr, okay. Okay. Noch. Ein paar Sekunden Zeit. Bitte. Ah, haben wir's geschafft, sehr gut. Oh! Knappe Kiste. Knappe, oder? Ja. Sehr cool. Dann noch einen zweiten Gretman. Aber wir hatten... Man kommt nur auf... Nur Geld am Ende, war das da, ne? Ja, ihr Geld und XP. Na, okay, das ist natürlich. Hm. Glaub ich. Fußborenes Lava aufpassen. Ja, hab's gerade gemerkt. Also wir... Genau. Da links lang und dann kommt man da irgendwie... ...wieder hoch. Genau. Nitra. Ach, da ist wieder ein Flo lang geflogen, ey. Ah, diese Viecher regen mich auf. Tja, tja. Ich hab immer das Gefühl, mit Speer hab ich mehr Licht, weil ich ja immer noch meine, äh, Lichtkanone hab. Ja. Und mir ist also dunkel jetzt hier alles vor. Hier ist alles Lava irgendwie. Gefällt mir das nicht. Lauf ich... Lauf mir überhaupt richtig? Ne, tu mal. Nicht, oder? Ich hab keine Ahnung, ob ich mich mal gerade noch damit beschäftigt, Nitra, äh, abzubauen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt im Hauptraum und dann nach links oder so. Genau, hier ist wieder Schmutz. Molli, over here! Braust du Hilfe? Ähm, nicht, äh, suchen wir den Weg. Einfach Molli folgen. Hey. Hey. Ah, Mann. Danke. Wow. Dieser Floor, äh, ist abgehauen. Was, geht denn hier verkehrt? So, jetzt sind wir wieder im ersten Raum und diesmal gehen wir... ... ... ... ... Ach, bohr mal da hinein. Nein, war die Rechte. Also, wir müssen... ...ne, das ist ja an anderer Seite. Du siehst ja, wo auf der Karte wohin ist. Ja, nein. Nein. Nicht in die Richtung, du bohrst in die falsche Richtung. Und, äh, also... ... ... wir müssen... ... 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 Hach, ich... ... warum treffe ich diese blöden Flöger? Was, hab ich denn hier... ... gesuckt oder was? Links hierrum kommt man besser runter. Wo bös... ... ... da lang. Okay, links ist... ... da, okay, ich bin rechts gelaufen. Man, ich sag doch, links kommt man leichter runter. Ja, ich hör nicht auf dich. Offensichtlich. Äh, offensichtlich. Mann. Flo, endlich. So, hörst du mir also zu. Wie bitte? Ja, genau. So, also... ... irgendwo hier ist das... ... Mann, was haut mich denn hier schon an? Ah, ja, hier hat das noch... ... gut nix ist. Äh, das war ich nicht. Wir haben nicht genug Nitra, scheiße. Ähm, wieso... ... wie kam das jetzt, dass die überhaupt loslegt? Vielleicht, weil die... ... ist der Brutnexus explodiert und dadurch das Ei... ... war das Ei da gleich in der Nähe? Ich hab keine Ahnung, wo das Ei war überhaupt. Ich auch nicht. Ich hab nur... ... der Brutnexus war tot und danach ist das 4 aufgetaucht. Also, ach, der ist... Okay, wir müssen erstmal immer die Mobs töten, bevor wir ihn angreifen können. Das war die Geschichte. Genau. Okay, auf jeden Fall dummes, nicht gutes Terrar hier. Und eben... ... ähm, und so. Hintern ist offen. Da stecken schon meine Äxte drin. Ja, ich seh schon. Kommen wieder die Viecher an. Kleinen. Alles... ... unangenehm. Ah, hier ist ein Floh. So, und wie komme ich jetzt wieder zu dir? Andere Seite von dieser... ... Wand. Äh, Säule. Ah, ich hab keine Muni mehr. In... ... in meinem... Hast du Nitra irgendwie gelagert? Äh, nein, ich glaub nicht. Dann... Ich hab nur noch einen Schuss. Ähm... Ja, ich bin auch ziemlich leer. Prima, zurück. Dein Schild ist runter. Unten. So, ich hab jetzt nix mehr. Ähm... Dann lassen wir den mal kurz hier in Ruhe. Jo. Das ist von Nitra. So, hier oben... ... sind sie netten Viecher. Hey, hi. Lass mich mal kurz in Ruhe. Oh, ich bin down. Flieh. Flieh erstmal. Oder auch nicht. Ich konnte da nicht einfach runterspringen, weil ich hatte so wenig Leben. Der... Der Sprung hätte mich wahrscheinlich getötet. Oh, nein. Das war ja... Das war mies. Das war ein Satz mit X. Ja, wenn da irgendwo das Ei versteckt ist, dann... Ja. Es muss irgendwie durch die Explosion von dem Brutnexus... ... irgendwie losgegangen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil ich hab zuletzt auch nur mit der Kryo-Kanone, ähm, drauf. Hm. Wir sehen uns seit JC. chrome. Auf Wiedersehen. Ja. Ciao. описании. homepage. T faith in 50 JULIS.